Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem weiteren XRP-Update-Video. Es hat sich ein bisschen was getan in der Analyse-Welt, natürlich auch in der News-Welt. Wir werden mit einer weiteren Moon-Prognose hier um die Ecke kommen, die ich euch dann gleich vorlesen werde. Bin ich einfach mal auf eure Kommentare dazu gespannt, was ihr davon haltet oder wie realistisch ihr das einfach einseht. Ich würde, glaube ich, nichts mehr dazu sagen. Aber es geht ja hier meistens oder hauptsächlich darum, was sagt uns der Chart bei XRP derzeit, wie können wir neue Entries suchen. Und das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Natürlich, wie gesagt, auch die News. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr auch Fragen etc. pp habt zu Analysen etc. oder sonst was, kommt gerne in die Talk-Gruppe rein. Dort könnt ihr auch jederzeit einfach Fragen stellen. Ist momentan sehr, sehr aktiv. Für den Bärmdenmarkt sind wir wirklich sehr, sehr aktiv. Kommen auch jeden Tag sehr, sehr gute Setups rein. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. XRP momentan genau bei 50 US-Dollar Cent. Wir haben gestern eine, ja, oder in den letzten Tagen eine gute Erholung bekommen. Seit Montag, wo wir unser Tief bei ungefähr 0,45 oder 0,46 aufgerundet gesehen haben, zwischenzeitlich 10% zugelegt. Jetzt sind wir nur noch bei 9%, aber ist auch alles noch sehr, sehr gut. Problem an der ganzen Sache ist, ihr seht es vielleicht schon auf den 1-Stunden-Time-Frame, haben wir kein höheres Hoch gebildet. Das heißt, wir wurden hier im Endeffekt rejected an dieser grünen Verkaufsbox, haben die Liquidität rausgezogen und wurden jetzt abverkauft. Das Positive an der ganzen Sache ist, was man hier noch als positiv bezeichnen kann, wir haben zumindest auf dem 1-Stunden-Chart keine Bearish Divergence. Das heißt, grundsätzlich ist die Aufwärtsstruktur auf jeden Fall noch in Gange. Wir checken es nochmal gegen im 4-Stunden-Time-Frame und auch hier haben wir noch deutlich Puffer. Und vor allem dieser Wig, den wir jetzt hier haben, der nur 1% ausmacht, ihr habt es ja gerade gesehen, von unserem Tief zu unserem Top 1%, diese Korrektur, haben wir natürlich einen langen Wig hinterlassen. Und diesen sollten wir meiner Meinung nach auf jeden Fall noch füllen. Ich halte es hier für möglich, dass wir sogar noch die 51,30 anvisieren. Es wäre nochmal ein Anstieg von jetzigem Level aus von ungefähr 2,7%. Das ist im Bereich des Möglichen, nachdem wir heute früh in der Bitcoin-Analyse ja auch darüber gesprochen haben, dass Bitcoin so in Richtung 27, 27, 2 noch möglich ist und dass wir dann weiter abverkauft werden sollten. Sollte jemand das traden wollen und der Markt ergibt sich, müssen wir aber hier auch einen ordentlichen Stop-Loss reinhauen. Und das ist eben der Grund, warum ich persönlich etwas Abstand von diesem Trade nehmen würde und dann vielleicht eher darauf warten würde, okay, wir beobachten und schauen, wie es soweit ist. Also Limit Orders sowieso derzeit, wisst ihr, bin ich kein Fan davon. Deswegen, wir haben hier oben noch eine Ineffizienz, hier ab diesem Bereich bei ungefähr 0,52,18. Diesen Bereich müssen wir auf jeden Fall mit in den Stop-Loss nehmen, plus eben dieses letzte Hoch hier oben. Also das heißt, der Stop-Loss muss bei ungefähr 0,52,90 liegen. Das ist unser Stop-Loss und das ist die Range, die es abdringen muss. Da wären wir so bei 3%. Wem das alles zu riskant ist, würde ich vielleicht empfehlen zu warten, bis wir vielleicht die Ineffizienz holen oder so knapp davor erst, dann wären wir nur noch bei 1,5%. Das heißt, man halbiert hier ein bisschen so das Risiko. Das sind die zwei Alternativen, die wir haben, aber auch hier bin ich grundsätzlich erst einmal short eingestellt. Und wir haben es letzte Woche schon mal angeguckt, warum ich hier short eingestellt bin. Und zwar liegt das an diesem verdammt langen Wig, doch, je nachdem wie ihr das nennen wollt, bis ungefähr 0,42 US-Dollar. Und diesen Bereich sehe ich auch weiterhin, daran hat sich nichts geändert. Wir haben, wenn wir uns das mal mit einem FIP-Level angucken, von unserem Tief zu unserem Top, sind wir zwar ins Golden Pocket gekommen, das heißt, wir haben 68 oder 65% von diesem Dump wiederum aufgefüllt. Trotzdem ist das ein sehr, sehr langer Doch, den wir hier hinterlassen haben. Und ihr habt gesehen, wie das damals gelaufen ist, da muss ich nichts mehr dazu sagen, war nicht wirklich sonderlich gut. Deswegen bin ich der Meinung, auch hier sollten wir genauso wie bei Bitcoin nochmal eine Korrektur sehen, bis auf ungefähr 0,42 US-Dollar-Cent oder sogar hier auf 0,41 US-Dollar-Cent. Das heißt, es tief deutlich unterschreiten und dann von hier eine Gegenkorrektur sehen. Würde auch sehr, sehr gut zu unserer ehemaligen Range passen. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, diese ewig lange Range zwischen 0,30 und 0,40 US-Dollar-Cent. Und genau hier wäre dann eben unser Key-Level. Das heißt, diesen Bereich sollten wir abdecken, auch für einen potenziellen Long-Trade, dass wir sagen, okay, wir gehen am Tief rein, müssen dann aber auch diese Range hier gegebenenfalls noch einmal abdecken. Aber das ist, wie gesagt, Zukunftsmelody, da müssen wir uns dann Gedanken drum machen, wenn wir hier einen Swing-Trade aufmachen oder halt auch an dieser Zone eben angekommen sind. Danach sieht es derzeit, zumindest jetzt kurzfristig, noch nicht aus. Kurzfristig ist eben diese Marke hier oben, die 0,51, sehr, sehr interessant, bis eben 0,53 knapp. So, und dann haut Wells Fargo hier eine richtige Mondprognose raus. Und zwar eine Wells Fargo-Managerin. Es geht hier nicht um Wells Fargo in gemein. Es ist eine Managerin, die sich wahrscheinlich hier ein bisschen am Ton vergriffen hat. Ist bullish. Bis 2027 soll sich Ripple als internationaler Zahlungsdienstleiter etablieren und XRP auf den Mond schießen. Ein XRP-Preis von 500 US-Dollar scheint einfach nicht auszureichen, um diesen Betrag zu ermöglichen. Also, lest euch diesen Artikel gerne durch. Gerne mal eure Meinung dazu. Ihr kennt meine Meinung dazu. Ich finde es absolut übertrieben. Und bringt einfach nur wieder irgendwelche Leute hier in den Markt. Finde ich nicht gut. Aber gut. Jeder kann ja seine Meinung äußern. Ich kann auch sagen, XRP geht auf 20 US-Dollar-Cent. Ob dann ein Artikel darüber geschrieben wird, wage ich zu bezweifeln. Aber gerne eure Meinung dazu schreiben. Ansonsten, wie gesagt, Analyse steht. Schauen wir mal, was bis nächste Woche passiert. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder zum normalen Bitcoin-Update. Ansonsten jeden Freitag hier auf diesem Kanal XRP-Updates und News. Und dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Verweilt nicht zu viel vor dem Chart. Und ja, das war es von mir. Like da lassen, Abo da lassen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.